So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen in der Balkon-Edition auf meinem Kanal RamsesderDicke. Fragt nicht, wo ich bin, lasst es einfach über euch ergehen, guckt euch das mal an, dieser Ausblick. Das ist ein Balkon, das ist ein Wetter. Wir haben hier eine Fanta, die wir heute testen wollen. Eine Wotte de Fanta, da kennt ihr vielleicht die blaue. Die haben wir schon mal gezeigt, die haben wir schon mal getestet, die war auch ohne Zucker genau wie die. Die fand ich widerlich, würde ich niemals kaufen, ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Geschmack sein sollte. Und jetzt aber das gleiche nochmal, nur in rosa. Dafür gibt es jetzt dieses Testglas, sieht das nicht herrlich aus. Das wollen wir uns jetzt mal einschenken, der Ton hier ist auch total komisch, es heilt, ich fühle mich wie in einem Hamsterkäfig. Einmal Wotte Fanta in der rosanen Balkon-Edition. So. Einmal einen kleinen Schluck zum Probieren für Genießer. Abstellen, schütteln, gucken wie es schmeckt. Die Kamera sackt auch zusammen. Schmeckt einfach nur süß. Komplett süß, künstlich, keine Ahnung. Meine Meinung nach schmeckt es genauso wie die andere. Selbst wenn da kein Zucker drin ist, die machen da immer irgendwelche Süßstoffe rein von sonst was. Das war so künstlich und noch, ich habe keine Ahnung, wer das überhaupt trinken soll, aber egal. Wir geben uns jetzt hier mal den ganzen Humpen, damit das eben schön aussieht. Extra nur fürs Video. Das ist noch so eine Fanta. Die siehst du, die sieht lecker aus. Die würdest du aber niemals nochmal kaufen. Das Glas ist übrigens von Ernesto. Das Glas ist irgendwie das Beste. Kauft Ernesto Gläser, aber kauft euch nicht diese komische Fanta. Guckt euch das an, wie heftig das Glas aussieht. Und wie komisch diese Fanta aussieht. Beziehungsweise fürs Thumbnail vielleicht nochmal. Diese, wann man so, das ist nix, oder? Ja, da stand irgendwas von drei verschiedenen Sorten. Im Endeffekt gibt es noch eine grüne. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich hau mir das jetzt hier rein. Die blaue nix, die rosa nix und die dritte, die es gibt, ist wahrscheinlich auch nix. Wenn ihr wisst, was die dritte ist, schreibt es mal rein. Wenn ihr die mal probiert habt, schreibt es mal rein, was das sein soll. Ansonsten, peace out for out, euer Ramses. What the Fanta, what an scheiß, sage ich einfach nur. Oh, 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 oh. Damn. Jetzt weiß ich, wieso Ben den Chucks immer sagt, Fridge Cold. Die kam gerade frisch aus dem Kühlschrank. Das ganze Glas ist beschlagen. Die ist zwar mega kalt, aber die ist trotzdem so brech süß. Nie wieder, keine Ahnung. Aber wenn ich die dritte Sorte sehe, die muss auch noch getestet werden. Drei Sorten WTF, alter, what a thunder, hinterbalkon edition, vor allem. Das T-Shirt hat mehr getrunken als ich, genial. Zieht immer weißes T-Shirt an. Bis zum nächsten Mal, peace out for out, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.